Es ist ja so, dass viele Menschen sich zum Jahreswechsel etwas vorgenommen haben. Ich weiß nicht, ob sie sich etwas vorgenommen haben. Es gibt ja fromme Wünsche und weniger fromme Wünsche. Und die meisten Menschen wollen eigentlich anders sein, wie sie sind. Also der eine will aufhören mit dem Rauchen, der andere will und nimmt sich vor, für 2017 liebevoller mit seiner Frau umzugehen, mehr Zeit, sich für seine Kinder zu nehmen, netter mit der Schwiegermutter zu sein, weniger zu essen, mehr Sport und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sich etwas gewünscht haben oder ob Sie sich etwas vorgenommen haben. Aber Ihnen wird es gehen wie so vielen anderen. Sie werden feststellen, so viele gute Vorsätze sind so schnell wieder vergessen. Und je existenzieller, je ontologischer, je seinsmäßiger es wird, desto mehr ist es wie ein dickes Gummiband, das immer mehr gedehnt wird und das einen dann mit unheimlicher Kraft und Dynamik wieder in die alte Spur zieht. Kennen Sie das? Kennen Sie das? Und das lässt einen ein bisschen auch an sich selbst zweifeln. Ja, verzweifeln. Ich behaupte mal, wenn Sie noch nie verzweifelt waren, sind Sie nicht richtig Christ. Wenn Sie noch nie an sich selber irre geworden sind, dann sind Sie noch gar nicht richtig Christ. Ich kann mich erinnern, ich war ja bis 1983 Atheist und 1982, das war ein bisschen seltsam, da war ich 18 Jahre alt und da habe ich dann so einen alten Jesus-Schinken angeguckt. Also so habe ich das damals bezeichnet. Als Atheist, als überzeugter Atheist, so einen alten Hollywood-Film, ich weiß nicht mehr welchen. Und das hat mich irgendwie innerlich so berührt, dass ich mir vorgenommen habe, das war nun nicht Silvester, sondern das war Ostern, so wie dieser Jesus will ich sein. Na, Sie können sich vorstellen, wie lange das funktioniert hat. Grandios gestartet, grandios gescheitert. Und ein Jahr später bin ich dann zum Glauben gekommen. Und traditionsgemäß wollen wir uns ja in diesem 1. Januar mit der Jahreslosung beschäftigen, wo der Herr spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und das sehen wir, dieser Text aus Hesekie 36, Vers 26, der verspricht etwas. Dass ein Neuanfang, ein neues Leben ist möglich. Es ist ein gewaltiges Versprechen. Ach, es gibt ja so viele falsche Heilsversprechen. Mach das, komm da hin, ernähre dich so, mach so, meditier darüber, reise dorthin, mach das nicht und so. So viele Heilsversprechen. Falsche Heilsversprechen. Aber hier, der Ewige, er will einen Neuanfang schenken. Ein neues Leben ermöglichen. Wirklich Menschen verändern. Ja, eigentlich ein ganzes Volk. Und gestern Abend hatte ich noch den Austausch mit einem Bruder. Wir haben uns halt auch noch ein gesegnetes neues Jahr gewünscht und so. Und sind dann auch auf diese Jahreslosung zu sprechen gekommen. Und er arbeitet in der Medienbranche und er hat dann feines Gespür dafür. Und er hat gesagt, typisch, die haben den Adressaten wieder weggelassen. Typisch. Wem gilt denn das? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und wir sind einfach in dem Sinn falsch getrichtert, dass wir immer sofort alle Texte und alles, was irgendwo in der Bibel steht, also sie natürlich nicht, aber die anderen, immer sofort auf unsere Ebene ziehen. Aber wir müssen einmal sagen, das gilt zunächst einmal gar nicht uns. Das sagt der Herr gar nicht die und mir. Zur Beruhigung dann eigentlich schon. Aber zunächst einmal sagt er es seinem Volk Israel. Und es ist wichtig, diesen Text auch in seinem historischen Kontext zu verstehen. Sonst kommt man da, wenn man immer gleich in diese Ebene springt, was sagt mir das, was bedeutet das für mich und was muss ich jetzt tun, dann macht man da unter Umständen katastrophale Fehler. Also müssen wir ganz kurz auch die historische Situation des Hesekiel, seine Zeit, seine Botschaft betrachten. Da brauche ich ja nicht viel sagen. Da sind ja die meisten von Ihnen gut geschult und wissen, dass Hesekiel einer der drei großen Propheten der babylonischen Gefangenschaftszeit in Israel war. Der andere ist Jeremia, eine Generation älter. Dann Daniel in Babylon. Jeremia musste ja in Jerusalem bleiben, in der belagerten Stadt. Und eben Hesekiel in Tel Aviv. Also nicht, man denkt natürlich sofort an die israelische Stadt. Nein, es ist ein Ort südlich von Babylon. Er war ebenfalls, wie Daniel allerdings ein paar Jahre später war, Hesekiel, deportiert worden und lebte jetzt im babylonischen Exil. Und interessant ist, sein Prophetendienst, er war übrigens priesterliche Abstammung. Und da hat der Herr ziemlich, na ziemlich, ich sage mal, der Herr hat es genau gemacht. Mit 30 beginnen der Priesterdienst, mit 50, ich sage nicht, gehen die in Rente. Da bin ich auch schon in Rente. Aber da sind sie vom aktiven Priesterdienst dann herausgenommen, weil sie zu schusslich mit den Dingen und so, und waren nur noch unterstützend tätig. Und genau dieser Priester in der Verbannung, der war genau in dieser Spanne als Prophet tätig. Und er hat einen Doppeldienst, wie so viele Propheten. Zum einen muss er dem Volk sagen, dass das schwere Gericht der Deportation, der Zerstörung Jerusalems, das Aufhören der staatlichen Existenz eines Staates Israel, dass das die Folge ihrer Sünde ist. Das ist das eine von der Doppelbotschaft. Das andere ist, dass jeder Prophet und jeder Mann Gottes und jeder Evangelist und jeder Verkündiger und jeder Lehre sagen muss, es gibt nicht nur Gericht, sondern immer noch Hoffnung. Wenn Sie der ganzen Bibel nicht anders finden, Gott kann ganz schön reinschlagen, Gott kann ganz schön jemanden die Leviten lesen, Gott kann ganz schön klarlegen, was ist deine Schuld, es liegt an dir. Aber niemals ohne Licht am Ende des Tunnels zu zeigen. Seiner Baum, seine Liebe. Und diese Doppelbotschaft finden wir eben auch bei Hesekiel am absoluten Tiefpunkt, als er die Nachricht von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels bekommt. Da wechselt sozusagen diese Doppelbotschaft von der überwiegenden Gerichtsbotschaft zur Heißbotschaft ab Kapitel 34. Und unser Text ist natürlich jetzt eigentlich in diesem zweiten Teil. Und das merkt man auch schon, neuer Geist, neues Leben. Der Herr verspricht seinem Volk, dass er es wiederherstellen wird. Dass es in einem herrlichen, wiederhergestellten Land, es heißt sogar an einer Stelle, das ganze Land wird sein wie der Garten Eden. Da freue ich mich eigentlich drauf. Gestern Nacht hat mir noch jemand geschrieben, nächstes Jahr in Jerusalem, vorher haben wir immer geschrieben, nächstes Jahr in Jerusalem. Gestern Nacht um eins hat jemand mir geschrieben, dieses Jahr in Jerusalem, weil wir versuchen zusammen diese Israelreise zu machen. Dieses Jahr in Jerusalem. Aber dann möchte ich auch mal im Land Israel sein. Wenn das ganze Land sein wird wie der Garten Eden. Und das verspricht Gott. Ja, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, das Herz des Menschen, dass der Mensch in seinem Innersten, in der Trennung und im Abfall von Gott, für diese neue Welt nicht parat ist, nicht kompatibel ist. Die neue Welt braucht auch einen neuen Menschen. Ich sage mal so, die äußeren Umstände herzustellen, ist für Gott ein kleines. Schnipp, Flora, Fauna und alle anderen Gegebenheiten sind wieder so, wie das einmal war. Dass Gott das vielleicht nicht mit Schnipp macht, sondern in einem Prozess, der jetzt schon beginnt, das kann gut sein, aber er könnte es. Wo er jedenfalls nicht einfach Schnipp machen kann, ist das Herz der Menschen. Das Zentrum, unser Innerstes. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem den Grund, dass er uns da nicht überfahren will. Dass er uns in einen Prozess der Neuwerdung mit hineinnehmen möchte. Nicht die Verhältnisse sind das Problem, sondern das Herz des Menschen. Und damit steht die biblische Botschaft natürlich diametral entgegen aller Ideologien, Lehren und Religionen, die sagen, wenn wir die und die Verhältnisse schaffen oder wenn wir das und das tun, dann gibt es eine paradiesische Welt. Kann nicht sein. Weil eine paradiesische Welt gibt es nur in der Verbindung mit Gott, nur in Jesus und nur mit Jesus und nur mit erneuerten Menschen, mit Menschen mit einem neuen Herz. Und deswegen hat US-Pastor Warren Wirsber recht, wenn er sagt, bevor Gott unsere Lebensumstände verändert, möchte er unsere Herzen ändern. Jetzt fragen wir mal, wann wird denn das eigentlich sein? Wann wird das für Israel sein? Manche denken ja, das ist heute schon so und dann kommen sie zum ersten Mal nach Israel und fallen fast vom Glauben ab. Das ist ja gar nicht, die sind ja gar nicht, also jetzt dachte ich, und der Herr hat doch die gesammelt und jetzt sind sie doch da. Und jetzt sehen sie da all die Dinge, insbesondere in Tel Aviv, wie in Berlin. Mein Schwiegersohn ist Berliner, ich habe nichts gegen die Berliner, aber sie wissen, in Berlin, da ist alles nochmal eine Stufe mehr als sonst wo und zwei Stufen mehr als Karlsbad Langsteinbach. Und dann denken die, das kann doch nicht sein. Und da ist es wichtig, dass wir erkennen, was wir auch schon mal oder mehrfach in Hesekie 37, also im nächsten Kapitel gesehen haben, dass Gott mit einer äußeren Sammlung beginnt, beginnt, was wir da gesehen haben, mit einer äußeren Sammlung beginnt, dann das staatlich-kulturelle Leben auch mit einer Sprachauferstehung wiederherstellt, dann religiöses Leben schenkt, übrigens auch schon mit messianischen Frühfeigen und erst ganz am Ende der Ruach HaKodesh, der Geist Gottes in diesen wiederhergestellten Volkskörper kommt. Und wir sind eben jetzt noch nicht ganz am Ende. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir sind noch auf dem Weg. Wir haben gesehen und wissen, die Sammlung hat begonnen. Wir haben gesehen, es gibt zunehmend religiöses Leben, so jedenfalls mein Empfinden. Wenn ich nach Israel gehe, auch ganz säkulare Juden nach meinem unmaßgeblichen Beobachten fragen mehr nach spirituellen geistlichen Dingen, geistigen Dingen. Und wir haben natürlich auch schon wirklich eben Frühfeigen im Sinne von wirklich jesusgläubigen Juden. Aber das, was doch eigentlich am Ende verheißen ist, dass ganz Israel gerettet wird und dass alles wunderbar wird, so weit sind wir noch nicht, Das bringt erst der wiederkommende Herr. Und voilà, damit sind wir mitten in unserem Losungstext. Eigentlich ist es ja unmöglich, neues Leben zu schaffen. Es ist unmöglich. Es kann nur Gott. Genauso wie wir uns seinsmäßig nicht verändern können. Das jüdische Volk ist ja das Anschauungsobjekt Gottes. Es ist sozusagen der Finger Gottes, den man auch in der Geschichte sieht. Es gibt ja verschiedene Offenbarungsebenen, die Natur. Es gibt den Finger Gottes in der Geschichte. Und da spielt insbesondere das Volk Israel eine Rolle. Sie kennen ja die Frage von Friedrich dem Großen, der Agnostiker war, als er von Zieten fragte, nenne er mir einen Gottesbeweis. Und von Zieten antwortete, die Juden, Majestät, die Juden. Schauen Sie sich das an, dass dieses Volk nicht untergegangen, assimiliert, zerstört, verschwunden ist. Die Juden. Das ist ein Wunder. Das ist an sich schon ein Wunder. Aber Gott will noch mehr. Und es ist jetzt wichtig, dass wir das sehen, dass Gott allein das Unmögliche möglich machen kann. Kein menschlicher will. Das müssen wir uns gut merken. Ich springe jetzt doch schon mal in die Ebene, wo wir nicht gleich hineinspringen wollten. Man kann noch so fest wollen, es nützt nichts. Und wenn Sie sich das Umfeld dieses Textes anschauen, da geht es in Kapitel 34 bis 39 grob um die Zeit, bevor der Herr kommt. Und dann ab 40 haben wir die Schildung des Tempels und des Reiches. Wenn Sie sich das anschauen, dann merken Sie, wie ich dominiert diese Stellen sind. Und zwar ich dominiert. Ich will, ich werde, ich will es tun. Gott ist der Herr der Geschichte. Gott macht das Entscheidende. Gott geht voran. Gott hat Ziele. Gott wird diese Ziele verwirklichen. Gott will sammeln und reinigen. Gott will vom Tod ins Leben führen. Und Gott will den Gehorsam des Geistes schenken. Es ist interessant, die Begründung, da bin ich lange hängen geblieben. Ich habe so schön viele Dinge mir notiert, die ich alle weggelassen habe. Ich tat es um meines heiligen Namens willen. Das ist für uns eine seltsame Begründung. Und wir hätten gedacht, Achtung Rainer, verliere nicht die Spur, aber trotzdem, das muss ich kurz sagen. Wir hätten gedacht, da steht drin, naja, um meines Erbarmens, um Mitleidung. Das stimmt auch alles. Es dauert den Herr, es schmerzt ihn. Aber hier geht es um die Ehre Gottes, die Sünden seiner Leute, schmerzen Gott bis ins Herz. Er hat auch ein Eigeninteresse. Um meines heiligen Namens willen. Er leidet. Und jetzt wollen wir einmal auf dieses 36. Kapitel hören, in dem wir dann auch im 26. Vers diese Losung des Jahres 2017 finden. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Krim über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Land vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Völker und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Völkern, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und mussten doch aus ihrem Lande fortziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war und werdet euch selbst zuwider sein, um eurer Sünde und eurer Gräuelwillen. Nicht um eure Willen tue ich das, spricht Gott der Herr, das sollt ihr wissen. Sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Haus Israel über euren Wandel. So spricht Gott der Herr zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von all euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen. Und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. Und man wird sagen, dieses Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun festgebaut und sind bewohnt. Die Völker, die um euch her übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der da baut, was niedergerissen ist, umpflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. So spricht Gott der Herr, auch darin will ich mich vom Haus Israel bitten lassen, dass ich dies ihnen tue. Ich will die Menschen bei ihnen mehren wie eine Herde, wie eine heilige Herde, wie eine Herde in Jerusalem an ihren Festen. So sollen die verwüsteten Städte voll Menschenherden werden und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Ja, wir haben in diesen Versen das bestätigt gefunden, Gott will. Über 20 Mal heißt es allein in Kapitel 36, Gott will, ich will und ich werde. Über 60 Mal in den Kapitel 34 bis 39. Und da merken wir, wer Geschichte schreibt, da merken wir, wer die Sache vorantreibt. Da merken wir, wer hinter allem steht. Gott will sammeln und reinigen. Aus allen Nationen. Er hat ja schon angefangen. Er wird sie bringen. Er wird sie weiterbringen. Und er will sie reinigen. Damit bereit machen für den Empfang des neuen Lebens durch den Geist Gottes. Und das ist das Zweite, was Gott dann tun wird. Gott will vom Tod ins Leben führen. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wir, spüren Sie wieder dieser ich-dominierte Satz? Durch Sündenvergebung, durch Reinigung, durch geistliche Neuwerden. Es ist natürlich eine Bildsprache. Zumindest was das Herz betrifft. Ein neues fleischernes Herz. Herz bedeutet eine neue Kreatur, neuer Mensch werden, aus dem Licht geboren zu werden. Es ist nicht Reparatur. Es ist nicht die Förderung des Guten. Also dass Gott sagt, ja, also 80 Prozent kann man vergessen. Aber die 20 Prozent, was bei dir ganz in Ordnung ist, das will ich entfalten, das will ich fördern, das will ich voranbringen. Nein, das Menschenherzen ist böse von seiner Jugend an. So sagt es die Schrift. Es ist verfinstert, weil sie sich vom Licht abgewendet haben. Aber es darf wieder Licht werden, aber nicht repariert werden, sondern in einem Neuwertungsprozess, in einer geistlichen Geburt. Es gibt ja Menschen, die quasi im Bild gesprochen neues Leben geschenkt bekommen haben. Ich habe von einem gelesen, der hat vor 30 Jahren ein Spenderherz bekommen und ich war erstaunt, dass er jetzt fast 80 Jahre schon relativ gut mit diesem Spenderherz lebt. Aber es ist ein Fleischernis, also es ist ein natürliches Herz. Seine Person ist dadurch, seine Persönlichkeit ist nicht verändert. Es ist ein anderes Organ. Aber Gott möchte uns nicht nur ein anderes Organ geben, sondern ein anderes ontologisches Sein, ein anderes Dasein, eine neue Existenz. Leben aus Gott. Sieh mal eine dumme Frage. Haben Sie sich eigentlich selber geboren? Selber gezeugt? Selber geboren? Und da merken wir schon, schon das natürliche Abbild sagt uns ganz klar, das geschieht. Das geschieht. Und Herz steht eben für das Personenzentrum. Und das hebräische Denken ist hier auch ein bisschen anders als unser Denken. Wir sagen ja Herz und Verstand, also Kopf und Herz. Bei uns ist der Kopf mehr für das Denken und das Herz mehr für das Gefühl, das Mitleid, das Empfinden und so. So biblisch, hebräisch gedacht ist es nicht so. Da steht das Herz auch für Abwägen, für juristisches Denken, für Gerechtigkeitsempfinden. Also wer gut nachdenkt, liebt mit dem Herzen. Und deswegen heißt es zum Beispiel im großen Doppelgebot Matthäus 22, du sollst den Herrn lieben. Doppelgebot und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wie? Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und auch mit ganzem Denken, heißt er wörtlich. Ich habe bei einem Kardiologen nachgelesen, Stefan Hobrak, er sagt, ich glaube, dass wir nicht nur mit dem Kopf denken. Kardiologe. Er kann es nicht beweisen. Er sagt, sein tiefes Empfinden ist, dass rein neurobiologisch sich in unserem Herzen schon viel mehr abspielt, als wir uns das vorstellen können. Und jetzt will Gott ein neues Leben, ein neues inneres Sein schenken. Und das ist doch ein Wunder. Wir sind auch, wie wir angefangen haben und gesagt haben, manchmal können Sie sich doch selber auf den Mond schießen. Können Sie sich doch selber auf den Mond schießen. Und wer hat nicht schon den Wunsch gehabt, neu anzufangen, anders zu sein, anders zu leben? Vielleicht machen Sie das auch manchmal, dass Sie sich so gedanklich sagen, was würde ich eigentlich heute, wenn ich nochmal 20 oder 15 wäre, ihr habt es gut, ihr könnt es jetzt noch entscheiden, aber was würde ich heute noch, wenn ich nochmal 15, 20 wäre, anders machen? Was ist eigentlich gut gelaufen in meinem Leben? Was ist schief gelaufen? Was würde ich auf keinen Fall wiederholen? Aber wir können es ja nicht rückgängig machen. Und das Allerschlimmste ist, wir können es nicht nur nicht rückgängig machen, sondern wir haben nicht nur uns geschadet, sondern auch so vielen anderen. Und das ist eben auch die Botschaft. Gott macht nicht nur neu und stellt wieder her, sondern er erstattet auch. Und so wird Israel auch ein Segen sein, zum Segen gesetzt sein. Aber mit diesem neuen Leben, das sie ausleben dürfen, die Liebe, die Gott in ihr Herz gelegt hat, dürfen sie ein Segen sein für alle Völker. Und dann ist das verwirklicht, oder beginnt sich das zu verwirklichen, was der Herr Abraham schon ganz am Anfang gesagt hat. Ich will dich segnen und zum Segen setzen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber ohne Wiedergeburt von oben geht es nicht. Ohne Jesus geht es nicht. An Jesus kommt keiner vorbei. Nikodemus, das war ja ein gebildeter, pharisäischer Jude, hoch angesehen. Und die hatten so ihre Gedanken, die Rabbinen, wer in das Reich kommt. Und da gab es so verschiedene Möglichkeiten. Aber eigentlich, der war, ich sage es mal so, ohne ihn alle die Möglichkeiten zu nennen, der war schon auf der sicheren Seite. A, war Israelit, B und so weiter. Er war Schriftgelehrter. Also der war schon auf der sicheren Seite. Und jetzt kommt er zu Jesus in der Nacht. Nicht unbedingt nur aus Scham, sondern weil die Menschenmassen sich auch um ihn gedrängt haben. Und so Nachtgespräche waren jetzt nicht so selten. Und er kommt zu ihm. Und was muss sich dieser Mann, der dachte, ich bin ziemlich sicher dabei. Also wenn ich nicht dabei bin, dann ist ja wohl keiner dabei. Und dann sagt Jesus, du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Das war für den ein Keulenschlag. Aber es war notwendig. Gott, Jesus, musste die Diagnose stellen, damit er aufwacht und damit er merkt, so geht das nicht, wie ich bisher gedacht habe. Von Neuem geboren werden. Und dazu musste Gott in diese Welt kommen. Dazu musste Jesus ans Kreuz, dass dieser neumachende Geist Gottes gesandt werden kann, erstmalig ja dann an Pfingsten. Es gibt noch einen anderen Text. Ich will das nur kurz machen. Hesekiel 18, 31. Da wird in etwa das Gleiche gesagt, aber für uns zunächst einmal so komisch. Es ist wie ein Antitext. Also in unserem Text macht alles Gott. Und jetzt lesen Sie mal mit mir Hesekiel 18, 31. Und da ist alles auf den Menschen abgestellt. Werft von euch alle eure Betretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz. Gerade haben wir gesagt, das geht nicht. Macht euch einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott, der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und das hat natürlich in der Auslegungsgeschichte, auch in der Reformationszeit, eine breite Diskussion, haben solche Texte ausgelöst. Kann der Mensch sich jetzt selbst bekehren oder nicht? Und ich will es einfach machen, ohne auf die lange Diskussion von Erasmus von Rotterdam mit Martin Luther einzugehen, vom freien und unfreien Willen. Ich glaube, es ist so, wie die Reformatoren gesagt haben, der Mensch kann nicht aus sich. Aber wenn ihn das Wort der Wahrheit, das Evangelium erreicht, dann gleichsam auch die Energie Gottes, die Kraft Gottes, Ja zu sagen. Der erste Schritt geht immer von Gott aus. Also Sie, die sich jetzt alle heute Morgen hier sitzen und das hören, Sie können nicht sagen, na, ich weiß ja nicht, wenn es der Herr nicht will. Sie können und dürfen und sollen Ja sagen. Ja, Herr. Du hast dich zu mir bekehrt, ich möchte mich zu dir bekehren. Und dann will Gott den Geist des Gehorsams schenken. Das neue Leben will gelebt werden. Liebe will lieben. Licht will Licht geben. Ein neues Herz will Herzen verändern. Das wird eben dann auch weggelassen in der Jahreslosung, dass das eine Konsequenz hat, eine Folge. Aber siehe jetzt mal unter uns gesagt, ist es schlimm, so zu leben, wie Gott lebt? Na, hallo, das ist doch mein alter Wunsch, 1982, Ostern. Das war doch mein Wunsch. So möchte ich doch sein. Gut, ob der Jesusfilm das so richtig dargestellt hat. Ich wäre ja schon gern mal dabei gewesen. Sie auch? Das ist etwas, was ich gerne mache, dass ich mir überlege, in welche historische Situation möchte ich mal so als Mäuschen versetzt werden. natürlich nicht gefährdet oder so, ja. Und dann sage ich immer, und jetzt die ungeistliche Variante, die geistliche Variante, was interessiert mich? Und wissen Sie, in die Zeit Jesu und der Apostel, den Herrn zu sehen, so zu sein wie er, Neues Leben ist möglich für sein Volk. Ich will meinen Geist, so heißt es Vers 27, in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das dürfen wir aus Dankbarkeit. Weil das Leben gelebt werden will, weil die Liebe lieben will. Das ist kein Zwang, das ist ganz normal. Wenn ein Elefant ein Elefantenbaby zur Welt bringt, ist es ein Elefant, benimmt sich wie ein Elefant, rüsselt wie ein Elefant, läuft wie ein Elefant, frisst wie ein Elefant. Entschuldigung, dieses unpassende Beispiel, aber ein Gotteskind möchte leben, wie sein Vater lebt. Das ist normal. Das ist kein Zwang. Das ist ein Geschenk. Das ist doch wunderbar, dass sie nicht mehr nur mit diesem alten, reiner Wörz zu tun haben. Das heißt ja manchmal, vertraue keinem Menschen und wirft ein Vertrauen auf den Herrn. Wissen Sie, ich vertraue mir nicht. Ich kenne mich. Nicht so gut, wie der Herr mich kenne, aber ich kenne mich. Ich bin mir gegenüber sehr skeptisch. Aber ich vertraue dem Herrn. Also wir fassen zusammen, Gott hat und will an Israel eigentlich das Unmögliche möglich machen. Aus einem Volk, das so gesündigt hat und das nichts ausgelassen hat. Und das wird ja in aller epischen Breite erzählt im Alten Testament. Du fragst dich, warum? Und die hatten ja noch die besten Voraussetzungen. Die waren erwählt, die hatten das Wort Gottes empfangen, die wurden in ein Land geführt, das von Milch und Honig fließt und trotzdem so eine Katastrophe. Alles, alles war in diesem Volk. Alles war und ist in diesem Volk. Und jetzt kommt die entscheidende Gelenkstelle. Das, was Sie vielleicht schon gleich am Anfang erwartet haben. Israel ist die Modellvorführung Gottes für alle Menschen und damit auch für dich und mich. Dieses paar Millionen Volk, warum zwei Drittel der Bibel oder drei Viertel oder manche sagen sogar 95 Prozent dreht sich darum, weil es die Modellvorführung Gottes ist. So geht Gott mit Menschen um. So geht Gott mit Sündern um. Das will der Herr und das macht der Herr. Und dann können wir diesen Text doch auf uns beziehen. Neues Leben ist möglich. Ein Neuanfang ist möglich. Ist das nicht wunderbar? Also nicht, weil heute der erste, der erste 2.17 ist, zu sagen, Mensch, ja, also 2.17 da. Immer. Jeden Tag. Ich meine, die meisten von uns haben das grundsätzlich schon einmal getan. Aber wir müssen das immer wieder tun. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war ein paar Jahre gläubig und am Anfang, da hat man doch so Schwung. Kennen Sie das auch noch? Erstmal muss man es allen sagen. Da sind dann etliche Freundschaften zerbrochen. Das hat mir leid getan, aber im Nachhinein sehe ich natürlich auch die Hand des Herrn, weil die Freundschaften, die zerbrochen sind, die hätten mich ja nur weggezogen. Ich war ja nicht so super fromm wie Sie. Ich lebte ja in einer ganz anderen Umgebung. So, aber dann kommt so eine Phase, da ist dieser ganze erste Elan und Schwung weg. Und dann kommen auch wieder Dinge so ins Leben. Dann kommt das Gummiband wieder ein bisschen des alten Menschen. Und dann geht auch die Freude zurück. Und ich kann mich noch gut erinnern, da waren dann Dinge in meinem Leben, die waren wirklich nicht in Ordnung. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich es mir in Herz genommen habe, es ist ja nicht einfach, jemand seine Sünden zu sagen. Übrigens, zu mir können Sie ruhig kommen. Wenn ich Ihnen das so sage, wir können uns die Hand geben. Da brauchen Sie sich nicht genieren. Aber ich weiß, das fällt schwer. Je länger man gläubig ist, desto schwerer fällt es. Man will ja doch irgendwie was sein. Und bloßen Sünder. Das ist ja natürlich. Voreinander wollen wir doch was sein. Ja, jedenfalls, ich habe mir ein Herz genommen und bin zu einem alten Bruder gegangen und habe ihm gesagt, und er hat mir die Vergebung zugesprochen in so einer feinen, väterlichen, sehsorgerlichen Weise. Ich weiß noch, ich meine, damals war ich noch nicht so schwer, aber ich weiß noch, ich war vorher so richtig gedrückt, da ist er so gebückt gegangen und so. Und danach bin ich wie eine Feder heruntergesprungen. Da war ganz neue Dynamik des Glaubens, Freude in meinem Leben. Da hat mich Gott neu gesammelt, zu sich gezogen, gereinigt, mich neu mit seinem Geist belebt und neu auf seine Lebensspur gestellt. Das war wunderbar. Und das brauchen wir immer wieder. Gucken Sie sich doch das alte Testament an, gucken Sie sich doch das Volk Israel an. Immer wieder sind sie abgefallen. Abgefallen, immer wieder sind sie in irgendwelche Sündenpfützen gerutscht. Was war die Lösung? Sich zu zerknirschen, was weiß ich, sich zu maltretieren. Nein, zurück zum Herrn. Sich beugen, Sünde, Schuld bekennen, sich reinigen lassen, um Vergebung bitten. Und das ist doch im Neuen Testament alles da. Es ist doch so einfach. Der Teufel sagt, du kannst doch nicht zum hundertsten Mal mit dem kommen. Und der Herr sagt, komm, komm wieder. Es gibt ja gar keinen anderen Weg. An Jesus kommen wir nicht vorbei. Und so wollen wir uns immer wieder sammeln lassen, reinigen lassen. Selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, sagt Jesaja, so soll sie doch schneeweiß werden. Oder dieser Aussätzige, der zu Jesus kommt. Und der Aussatz, das ist ein Bild auch auf den Leib, der von der Krankheit zerfressen ist. Ein Bild auf den Menschen, der von der Sünde zerfressen ist. Und er kommt und sagt, er hat eine Bitte. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus antwortet, du machst mich kultisch unrein. Ich berühre dich nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich kenne ja die Geschichte, wie manche fromme Juden da an solchen Leuten vorbeigegangen sind. Und was sagt der Herr? Ich will. Ich will. Da haben wir das Ich will, das ist Ezekiel 36. Und das sagt er bei dir. Ich will. Willst du? Ich will. Ganz neu will ich dich reinigen, zu mir nehmen. Komm wieder zu mir. Und ich will neu dein Leben geistlich beleben und will dir den Gehorsam des Geistes schenken. Wir wollen schließen, indem wir noch mal kurz an David erinnern. Er war schon ein Vogel. Wir tun ja auch die Männer so ein bisschen leid. Und die Frauen, deren Sünden in der Bibel so breit getreten werden. Ich meine, meine Dinge, ich meine, das Schlimmste von mir wissen sie gar nicht. Also ich sage immer, wenn mich einer wegen irgendetwas beschuldigt und sie zu Unrecht, sage ich, nimm es hin. Das Schlimmste weiß er ja noch gar nicht. Aber bei David und den Männern der Bibel, da ist es ja so, das steht ja sozusagen in aller Ewigkeit, für alle lesbar. Tut mir ein bisschen leid. Aber David mit seinem Ehebruch und seinem Auftragsmord und all den Dingen, all seiner Schlaumeierei und seinem füchsischen Verhalten und sich wahnsinnig stellen und lügen und mit Schuld seiner Tod der Priester von Nof und all die Dinge. Und dann lesen Sie mal Psalm 51, wie er unter sich litt und wie der Herr ihn neu zu sich gesammelt hat, ihn gereinigt hat und wie dann David nicht sagte, und jetzt möchte ich ein bisschen besser sein. Ich war ja schon fromm, ich habe schon Psalmen geschrieben. Sondern er erkennt, es geht um, ich kann so gar nicht bestehen. Schaffe in mir Gott ein neues Herz. Und wie Gott, das geht natürlich dann nur durch Kreuz und Auferstehung, aber wie Gott ihn annimmt, einen Sünder par excellence. Wollen Sie mit einem Ehebrecher und Mörder zusammenleben? Gott schon. Und so kommt Gott in den von uns verschuldeten Schmutz und Kot dieser Welt und begegnet uns am Kreuz. Nicht nur David, dem Mörder und Ehebrecher. Am Kreuz begegnet er uns, im Kot und Dreck dieser Welt. Er trägt die Last um unsretwillen. Ich will, ich will euch neu sammeln, reinigen, vom Tod ins Leben führen und den Gehorsam des Geistes schenken. Wir schließen, neues Leben ist möglich. Eine wunderbare Botschaft. Ich meine, wenn Sie das einem Menschen sagen, der in einer verzweiften, hoffnungslosen Situation ist, oder vielleicht sind Sie selber gerade, aber er wäre ja nicht ein Mensch, das Glauben ist, er sagt, schön wäre es. Es ist wirklich wahr. Es ist möglich. Aber nur bei und mit Jesus. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Ach, Herr Jesus, wie wunderbar ist das, dass du so tief unsere Not erkennst, dass du dich vollkommen solidarisch erklärt hast, eins gemacht hast. Du, der Reine, der Heilige, mit unserer Sünde, unserem Schmutz, unserem Unrat, unserer Unreinheit, um uns zu dir zu ziehen, zu sammeln, zu reinigen, ins Leben zu führen und kompatibel für ein Leben mit dir zu machen. Was für ein Wunder. Ich danke dir von Herzen dafür. Und dass das nicht einmal, und dann sagt der Herr Jan, jetzt hast du deine Chance vertan, sondern immer wieder neu möglich ist. Und du weißt, wie das Band uns auch immer wieder zurückzieht, wie wir im Ungehorsam sind und wieder alte Wege gehen. Danke, dass wir immer wieder kommen dürfen, uns neu von dir sammeln lassen dürfen, reinigen lassen dürfen, neu beleben lassen dürfen. Ja, Herr Jesus, wir wollen in deiner Spur gehen. Wir wollen lieben, wie du liebst. Wir wollen Licht geben, wie du Licht gibst. Und wir wollen dir unser Herz geben, unser Leben, unser Innerstes. Es sei dir geweiht für Zeit und Ewigkeit. Amen.